Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Tutorial in der Version 16.15 und ja, das Highlight des Jahres, denn es ist unser erstes Tutorial 2018 und natürlich mit dabei ist der gute Kain, hallo! Hallöchen da draußen! Ja, für diejenigen, die sich da schon fragen, Nanu, das kommt uns irgendwie bekannt vor, jawohl, das ist der kainische Bahnhof aus der Staffel 7, der ja quasi das den Zügen gibt, was quasi gefordert wird, denn wir haben die Anfrage bekommen vom guten Yoshi im Forum von der Nation 42, gibt es eigentlich einen Blueprint zum kainischen Materialbahnhof, steigt da irgendwie mit den ganzen Schaltungen nicht durch und ich dachte mir dann so, naja, wenn ich jetzt hier eine Blaupause davon mache, das ins Forum stelle, dann blickt das wahrscheinlich, oder ist es auch schwer, das alles nachzuvollziehen, sag ich mal. Deswegen macht es, glaube ich, mehr Sinn, das Ganze hier einfach als Tutorial zu machen und da ich ja auch weiß von euch da draußen, dass ihr das eher möchtet, dass wir die Schaltung nicht erklären, sondern einfach nochmal live bauen, Dann haben wir jetzt hier einmal die komplette Schaltung auf der Position und die noch nicht vorhandene Schaltung auf der linken Position. Ich möchte einfach für diejenigen, die jetzt noch nicht genau wissen, um was es genau geht, zeigen, anhand der fertigen Schaltung, was genau dieser riesen Bahnhof macht. Ich weiß, ähm, von den Schaltungen her ist es jetzt nicht das Schönste, dadurch, dass jetzt hier ein bisschen so gequetsche ist zwischen Mauer und sowas und hier unten ist es noch ein bisschen enger. Das, ähm, ja, das muss noch angepasst werden, deswegen seid uns nicht böse, wenn ihr erstmal das hier als Blueprint kriegt. Sobald wir die Zeit finden, ist es unser Plan, da es ja eh alles mit Mods ist, dass die Schaltung quasi in den Factorizimod mit eingebunden wird. Für diejenigen, die dann nicht genau wissen, was das ist, äh, Factorizimo, jetzt muss ich kurz gucken, ob ich ihn auf Anhieb finde. Äh, war klar, dass es nicht so heißt. Weißt du, wie die Dinger heißen? Ah, hier. Da gibt's ja hier diese Fabrikgebäude MK1, nur, genau, das wäre das Große, das ist das Kleine, wahrscheinlich brauchen wir nur das Kleine. Da geht man rein, hat einen kleinen Raum und hier wird dann die Schaltung quasi reingebaut und wir lassen es dann einfach wieder aus dem Häuschen rauskommen. So, ich lösche das Ganze mal wieder hier. Zack. Ähm, so, was genau macht die Schaltung? Ihr dürft euch vorstellen, ihr habt jetzt irgendwo auf eurer Karte verschiedene Arten von Bahnhöfen. Ähm, ich sag mal, ein Bahnhof, der möchte jetzt Eisenplatten haben, beziehungsweise, da wir ja hier mit den Angel- und Bob-Mods spielen, der, äh, Link ist ebenfalls im Forum, ich werd's auch noch in die Beschreibung packen, aber nicht vergessen, nicht alle Mods, die wir momentan in Staffel 7 nutzen, können auf 16 hochgepatcht werden, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt ein Tutorial mach in der Version 15, dann köpft ihr mich da draußen. Deswegen haben wir schon mal hochgepatcht, weil für diesen Bahnhof sind die Mods schon patchbereit. Also, nicht wundern, äh, falls ihr da auch noch mit 15.40 spielen solltet, dass der Blueprint noch nicht funktioniert, dann müsst ihr halt hochpatchen oder warten, bis auch eure Mods, äh, stabil sind für die 16er. Also, stellt euch vor, ihr habt einen Bahnhof, an dem Bahnhof sagt, ihr habt eine Fabrik, die aus diesen Iron-Sheet-Coils, die haben wir zum Beispiel hier, äh, werden Eisenplatten gemacht und da, ihr habt da halt eine Zahnradfabrik zum Beispiel. So, dann habt ihr natürlich die Alternative, ihr habt irgendwo eine Fabrik, die macht Eisenplatten oder diese Iron-Sheet-Coils, habt einen Bahnhof, der heißt Eisen-Anlieferung, ein Zug kommt, holt die Eisensachen und bringt sie darunter. War uns zu blöd, wir haben diesen Bahnhof kreiert, der steuert quasi das Ganze. Dieser Bahnhof ist momentan ausgelegt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Materialien. Wir haben hier einmal die Iron-Sheet-Coils, die Stahl-Coils, die Kupfer-Coils, die Kupferspulen, die Zin-Spulen oder Tin-Wire-Coils, die, äh, Solder-Coils und letztendlich noch die ganz normalen Tin-Platten. Sprich, egal was der Zug will, er kann eins von diesen Materialien, äh, bekommen. Die Bedingung ist, der Zug muss schon was drin haben. Wir sehen hier, wir haben hier diese Wartebahnhöfe angerichtet und wir haben jetzt hier vier Züge mal vorbereitet. Der eine hat Zinn drin, Stahl, Eisen und Kupfer. Somit, wenn der Zug an diesem Bahnhof hier ankommt, weiß er sofort, ah, der Zug hat Stahl drin, er will Stahl, also kriegt er Stahl. So gesehen kümmert sich dann diese Schaltung mit diesen Sachen hier darum, ähm, was der Zug haben möchte. So, kleine Unterbrechung, verzeiht, war kurz, äh, ein wichtiges Telefonat. Also, wie gesagt, ähm, die ganze Schaltung kümmert sich quasi darum, was in dieses Silo rein soll und aus diesem Silo wird dann der Zug befüllt. Wir wissen natürlich klar momentan, ähm, das ist ja der aktuelle Stand auch aus unserem Let's Play, sprich rote Fließbänder, rote Belader. Das Ganze ist jetzt nicht so schnell. Wenn man vergleicht, hier hinten haben wir diese Extremely Fast Loader, die, äh, ist natürlich was ganz anderes. Und wir werden auch im Laufe unserer Staffel 7 diesen Bahnhof, was das Beladen betrifft, eh umbauen. Sprich, das Silo wird irgendwann ausgetauscht zu einem Warenhaus, äh, damit auch mehr Waren gleichzeitig in den Zug, äh, in das Warenhaus reinkommt, damit die Züge schneller beladen werden. Aber jetzt hier, an der Schaltung ändert sich ja dadurch nichts. Es sind ja nur dann mehr Fließbänder, die dann ans Warenhaus rankommen. Von dem her können wir das trotzdem hier getrost nehmen. Und damit ihr jetzt grob auch versteht, was hier genau passiert, werden wir das Ganze jetzt hier einfach mal live demonstrieren. Wir haben hier dieses Warenhaus. Da haben wir schon Waren drin. Das Ganze überträgt es mit roten Signalkabeln hier rüber an diese Anlage hier. Diese Kombinatoren machen nichts anderes, wie dass sie das im Warenhaus anschauen, was da ist. Und sagen, okay, wenn im Warenhaus weniger wie 1000 drin ist, dann gibt mir ein Signal 1 hier drauf. Das heißt, diese Züge starten, sobald ich sage, okay, ich habe weniger, zum Beispiel weniger wie 1000 Kupfer, dann fährt der Zug los und holt Kupfer, bis in diesem Warenhaus die erreichte Zahl wieder da ist. Ebenso ist in dieser Anlagensteuerung noch mit integriert, dass der Zug nicht komplett gefüllt wird, bis er voll ist, sondern über diese Kombinatoren hier wird gesteuert, wie viel in den Zug reinkommt. Wenn ich jetzt hier mal reingucke, haben wir hier 500 eingestellt. Wie genau das alles noch funktioniert, das werden wir dann gleich sehen, wenn kein so freundlich ist und diese Schaltung 1 zu 1 für euch da draußen live nachbaut. Aber jetzt erst mal starte ich hier das hier. Ich sage hier einfach mal alles rausholen. Somit sehen wir auch, da kommt schon der erste Zug, denn wir kriegen schon hier Signale drauf. Zack, jetzt kommt auch der hier. Er fährt rein. Wir sehen, hier kommt nur Kupfer. Wir sehen hier oben, hier kommt nur Eisen rein. Er wird betankt. Ebenso wird dieser hier betankt. Ist jetzt über 500, da er natürlich noch Reste hat. Das ist ganz wichtig. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass in den Waggons immer Reste drin bleiben. Deswegen ist dieser Endladebahnhof auch so eingestellt, dass er noch was drin lässt. Das sehen wir hier. Zack, da sind noch 96 Kupferplatten drin oder Kupferkeuls drin. Er fährt weiter. Auch hier Eisen. Klar, in unserem Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispielbahnhof, so macht es natürlich keinen Sinn, weil der Zielbahnhof immer gleich ist. Aber wir haben ja auch im Let's Play verschiedene Standorte, wo wir verschiedene Materialien brauchen und nicht alle. Deswegen dieser Bahnhof hier. Wir warten jetzt einfach noch ein bisschen, bis das Ganze erreicht ist, dass ihr auch seht, dass wirklich alles funktioniert. Wir können auch hier nochmal reingucken. Wir sollten natürlich hier diesen Schalter wieder drücken, dass diese Warenhäuser nicht mehr entleert werden. So. Zack. Ihr seht auch, wie extrem krass diese Extremely Fast Loader sind. Also die Züge sind ratzfatz leer. Es sind zwar nur 500 Sachen drin, aber trotzdem, es geht extrem schnell. Ich werde euch den Blueprint auch so geben, dass wir ungefähr das Ganze hier mitgeben, bis zu diesen Kupferbändern, äh, zu den Fließbändern, dass ihr dann auch die Möglichkeit habt, das vernünftig anzuschließen. Wie wir das Ganze auch anschließen, das zeigen wir euch dann auch ebenfalls nachher. Und ihr seht, es funktioniert wunderbar. Das Ganze läuft jetzt auch mit zwei Bahnhöfen. Man könnte es theoretisch auch noch ein bisschen in die Länge ziehen mit diesem Prinzip hier und könnte auch locker drei, vier Bahnhöfe hinsetzen, damit sich da auch vier Züge gleichzeitig entladen können. Beladen. Äh, beladen, danke. Natürlich. Ebenso hier das Prinzip mit dem Wartebahnhof. Die heißen alle gleich. Haben wir erst in dem Tutorial hier festgestellt. Im Let's Play selber haben wir sogar noch die Bahnhöfe, äh, benannt nach den Materialien. Ist aber gar nicht notwendig, da die Züge ja gesteuert werden durch diese Signale hier. Aber darf ich jetzt mal eine Frage an dich? Natürlich, raus damit. Ich weiß, dass das so ganz cool funktioniert, aber was ist, wenn jetzt hier ein Eisenzug steht und hier ein Kupferzug steht, aber wir brauchen Kupfer. Dafür haben wir es da, aber dadurch, dass genug Platz hier ist, siehst du ja selber, fahren die nie hintereinander. Die belegen ja erstmal alle Bahnhöfe. Das Problem würde erst zustande kommen, wenn mehr Züge vorhanden sind wie Bahnhöfe. Na, okay. Dann wäre das Problem vorhanden. Weil du hast auch das gleiche Problem, mal angenommen, du hättest jetzt drei Züge, alle wollen Kupfer, aber alle wollen zu einem anderen Bahnhof, kriegen aber nur ein Signal. Dann wissen die Züge ja auch nicht, welcher Zug kriegt denn jetzt das Signal für den Bahnhof unten. Ja, ich meinte halt nur für später, falls man mal mehr dauert. Ja, dann sollte man eher diesen Bahnhof hier einfach erweitern, sag ich mal. Andernfalls kann man auch die Wartebahnhöfe natürlich auch bei den anderen Bahnhöfen setzen, dass man diese Züge nicht am Abholbahnhof lässt, sondern am Abnehmbahnhof. In unserem Fall wäre das dann quasi diese rechte Seite. Sprich, der Zug würde hier herkommen, würde sich entladen, würde hier langfahren, würde sich hier einreihen und wenn dann hier was leer ist, würde er erst losfahren zu dem Bahnhof. Also man kann beide Seiten spielen. Wir haben ja quasi auch diese Mischung. Wenn du dich an deine Munitionsfabrik erinnerst, die hat ja ihre eigenen Wartebahnhöfe. Genau, ich wollte es halt nur einmal mit ansprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Genau, eben. Deswegen haben wir auch hier drüben, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, diesen Durchgang. Der hat nämlich keinen Bahnhof, das ist dann für die externen Züge, die ihre eigenen Wartebahnhöfe haben. Die können dann hier einfach direkt vorbeifahren und fertig. So, aber grob gesehen, es funktioniert alles. Die Züge halten wieder, denn wir haben genug im Warenhaus da. Alles ist über 1000 oder ungefähr bei 1000. Von dem her machen wir jetzt hier einen kurzen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich bei der leeren Anlage wieder und ich übergebe schon mal dann an kein Dankeschön. So, da sind wir schon wieder an unserem leeren Standort und bitteschön, dein Part. Ja, dann sage ich mal Hallöchen aus meiner Sicht und dann wollen wir auch gleich mal anfangen, würde ich sagen. Wollen wir mal keine Zeit verlieren heute. Jawohl. Und wir fangen einfach mal ganz am Anfang an und schauen uns erstmal den Bahnhof selbst an, was er für Einstellungen braucht und dann werden wir so Stück für Stück die Module bauen. Ich werde jetzt das Ganze, wie ihr hier schon seht, für ein Modul erstmal bauen. Das ist nämlich hier diese Eisen-Sheet-Koll-Geschichte. Aus dem einfachen Grund ist es später Copy und Paste, wenn ihr das nachbauen wollt. Das heißt, ihr nehmt quasi das eine Modul, setzt es rein, tragt kurz einmal um, was ihr da durchziehen wollt und dann ist das auch wieder gut. Also es ist nichts Schwieriges, was man jetzt sagt, oh Gott, ich muss jetzt die ganze Anlage haben, weil es ist, wie ihr es von mir vielleicht schon kennt, schön modulbasiert. So, dann kommen wir uns erst einmal, ich muss ja gar nicht laufen, wir haben ja Longreach. Hier drüben an und zwar schauen wir uns erstmal den Bahnhof an, was brauchen wir überhaupt. Wir haben hier aktivieren, deaktivieren hätten wir hier drinnen, Anzug senden, wobei aktivieren, deaktivieren brauchen wir gar nicht. Das ist nämlich Tönnies hier, das ist noch aus der alten Einstellung. Anzug senden und Inhalt des Zuges auslesen brauchen wir. Dann werden wir es gleich mal hier machen, wir setzen in einem Mast, hier erstmal so schön mit hin, hier so zack, nehmen das grüne Kabel, gehen hier ran, hier seht ihr es schon, ich habe es einmal vorgetragen, was ich ja mittlerweile auch aktualisiert, Anzug senden und Inhalt des Zuges auslesen. Bahnhof heißt Material an 1, weil ich es übergenommen habe, damit wir die Züge jetzt nicht nochmal neu einstellen müssen, was der Doski jetzt ja schon gemacht hat. So, dann brauchen wir unsere drei Fließbänder, wie auch hier drüben zu sehen ist, ich gehe nochmal rüber, hier haben wir auf der mittleren Spur das grüne und auf der äußeren Spur das rote. Das gleiche werde ich jetzt auch einmal machen, dann brauche ich hier noch einen Mast, zack, zack und zack, haben wir hier das grüne drauf, dann können wir auch schon mal hier die rote verbinden, die können wir jetzt einfach mal hier mit drauflegen. Das heißt, wir haben jetzt hier rot und da grün. Jetzt müssen wir natürlich die Fließbänder auch noch einstellen, die sind alle aktuell nackig, das heißt, wir gucken auch einmal hier drüben hin und es ist quasi immer schön parallel mit anzuschauen und gucken einfach mal hier drauf, was haben wir denn hier so eingestellt. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier öffnen, nein, da muss ich rüber rennen. Komisch. Kannst du das nicht mit dem Trick machen? Nee, das habe ich gerade versucht, nämlich. Oh, tatsächlich. So, und zwar, wir sind ja hier oben bei der Eisen-Sheet-Coil, gucken wir jetzt mal drauf. Der sagt hier einfach nur aktivieren, wenn Eisen-Sheet-Coil kleiner gleich 0 ist, das gleiche hier auch, wie ihr sehen könnt, die rote Leitung ist mit dem Vorderen und dem Hinteren verbunden und hier ist nichts verbunden. Das kommt später noch weiter, wenn wir mit der roten Leitung und dem Sperr-System arbeiten. Das kommt aber ganz, ganz zum Schluss, da ist mir noch keine Panik. Das heißt, wir nehmen einfach hier mal mit, mit dieser Bedingung und gehen natürlich wieder rüber zu unserem Aufbaubau-Bauenhof. Haben sie wohl rausgepatcht. Ja, was ich komisch finde, ehrlich gesagt. Kannst du mir auch keine Kisten mehr so öffnen? Ach, ekelhaft. Und in der Mitte, das weiß ich aus dem Kopf, weil unsere Mittelspur ist unsere Lesespur, da sagen wir einfach Puls aktivieren, deaktivieren, Gegenstände auf dem Fließband auslesen und die Bedingung gucken wir uns ganz zum Schluss an, bei aktivieren, deaktivieren, da wir das jetzt noch nicht brauchen. So, das ist quasi der First Step, sage ich einfach mal so, den wir haben. Und jetzt geht das Ganze ja los. Wir brauchen jetzt erstmal wieder einen Zähler, der uns quasi die eingehenden Materialien durchzählt, den bauen wir uns jetzt in diesem Moment auf, indem wir halt wie gewohnt erstmal so einen schönen Kombinator nehmen. Den setze ich jetzt mal. Ach komm, ich baue das mal hier oben auf, hier haben wir ein bisschen mehr Platz, dann ist das nicht so gedrungen, würde ich sagen. Oder? Ja, ja, das ist besser so. Dann sieht man auch die Anschlüsse besser. Genau. Ich werde das hier immer so ein bisschen mit rüberarbeiten, damit ihr sehen könnt, von wo ich es in der Stelle weghole. Wie gesagt, wir können jetzt auf unsere sogenannte Lesespur einmal raufgucken. Die beginnt, einmal schauen, mit dieser grünen Leitung nehme ich hier, vorfolgen die mal zurück. Hier, da seht ihr, es ist unsere Lesespur, die über den Bahnhof weg geht und einmal hier vorne ranläuft. Dieses werde ich auch gleich mal machen. Das heißt, der hier ist gar nicht richtig. So, dann wir gehen hier ran. Jetzt haben wir quasi unsere Lesespur. Hier müssen wir den ganzen einstellen. Wie ihr es auch schon in den anderen Tutorials kennt, ich gucke da jetzt für euch einmal mit rein. Ach, dass man das nicht mehr öffnen kann, das Käse, ne? Achso, ja. Dann stelle ich ihn laufen jetzt. Ja gut, dann machen wir es halt. Wir haben ja Zeit, uns hetzt ja nichts. Du kannst es doch einfach rüber kopieren und dann... Stimmt auch wieder, ich kann ja mit rechts immer drauf gehen. Äh, machen wir uns so. Machen wir uns das Leben nicht allzu schwer. Zack. Und zwar haben wir hier drin stehen, einfach nur einmal um das Signal nochmal für uns selber in die Anlage zu sichern, dass es auch das Signal ist und sich nicht irgendwie verändert. Das ist einfach jeweils mal eins im Ausgang jeweils, weil wir hier unterschiedliche Materialien haben, die durchlaufen, wenn sie gelesen werden, haben wir hier später dann quasi ein Grundsignal, sag ich mal. Das heißt, jedes, der auch wirklich nur einmal da ist, nur dass keine Zählung irgendwie doppelt vorhin herkommt. Das Ganze schließen wir jetzt einfach mal an. Und haben jetzt hier quasi den Eingang in unsere große ganze Schaltung. Das nächste wäre dann quasi der Zähler selbst, den kennt ihr, wie ich ihn halt immer baue. Wenn rot kleiner 1 ist, soll ich mir alles mit einem Eingangszähler rausgeben. Das ist quasi die reine Zählung. Wie kriegen wir das Ganze? Dadurch, dass wir hier Puls haben, kommen hier immer Pulssignale an, das heißt, wir brauchen sogar keinen Pulssignalgenerator und er gibt uns hier mal pulsweise das, was wir haben wollen. So, das heißt, wir schließen den auch mal an. Ich würde sagen, wir bleiben mal drückgrün. Das heißt, einmal am Eingang und den Ausgang natürlich zurücklupen, weil sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Strom. Dann nehmen wir mal kurz die hier nämlich. Zack. Dann kriegen wir hier schon Strom. Dann haben wir hier schönes Feld zum Bauen, nämlich. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen einmal das Ganze, um das zurückzusetzen. Das zeige ich euch jetzt hier einmal anhand. Hier haben wir diesen Zähler. Und hier ist das kleine Segment, was zurücksetzt. Das ist auch nur ein Kombinator. Der setzt immer dann zurück, wenn der Zug quasi über das Signal hier fährt, was gerade so ein bisschen hinter dem Bahnhof versteckt ist. Und dann setzt er den Zähler zurück und sagt, Zug ist weg, kann es zurücksetzen. Und dann ist der hier wieder auf 0. Dann setze ich euch hier nochmal mit hin. Kleiner Blick. Zack. Hier seht ihr es. Rot ist gleich 1. Gebt mir ein rotes Signal rein. Dementsprechend sagt der hier, oh, rot ist nicht mehr. Kleiner 1. Dementsprechend setzt der sich hier dann zurück. Das Ganze ist dann angeschlossen mit einem roten Kabel, weil wir es ja hier nicht mischen wollen. Zack. Und hier natürlich dann an diesem Signal auch mit einer roten Leitung. Wenn wir hier rauf gucken können, können wir hier sagen, dieses Signal, sobald hier einer rüber fährt, der ist rot, merkt der hier, rot ist gleich 1. Das heißt, ich gebe mein rot raus und der resettet sich. Das ist quasi die Anfangsspule, nenne ich es mal. Wie ihr sagen könnt, wann sich das zurücksetzen soll und wie das Ganze am Anfang gelesen wird. Jetzt müssen wir natürlich noch herausfinden, wann arbeitet. Das heißt, wir werden jetzt als nächsten Step diese einzelnen, ich sage mal, Module befrachten, wann er bzw. wie viel er laden darf und dass er das Signal kriegt, dass er losfährt. Oder das erste Signal in dem Fall. Das ist ganz einfach gelöst. Und zwar baue ich jetzt hier so quer in diesem Moment. Zeige ich euch mal kurz, wo das sitzt hier drüben. Hier sind wir gerade durch gewesen. Das ist diese kleine Schaltung und wir bauen jetzt quasi den hier nach. Diese komplette Reihe bauen wir jetzt einmal nach. Können wir mal reingucken, was ich da gemacht habe. Hier sagen wir einfach, wenn Iron Sheet Coils kleiner unser Wert Eisenplatte ist, kommt ein A-Signal raus. Dieses A-Signal ist generisch. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt. Ich habe das hier nur im Mittleren benutzt, weil es für mich einfach in diesem Sinn einfacher war, das zu verwerten. Wie gesagt, ihr seht hier schon, ist immer alles dasselbe. In einer Reihe läuft alles über eine grüne Leitung. Und jetzt kommt jetzt diese schöne rote Leitung nämlich noch mit dran. Die ist es nämlich hier zu finden. Zack. Ich mache mal jetzt kurz die grüne ran. Ihr seht ihr, es kommt von unten. Hier kommt das Ganze von der Seite. So sieht man das auch schön. Vielleicht ein bisschen besser. Und dann haben wir natürlich im Ausgang hier unser A dann später, was wir natürlich auch verwerten müssen. Das ist quasi dann dieser Schnitt hier. Diese vergleichenden sind es nämlich dann. Seht ihr hier auch kurz nochmal. Hier ist A, hier ist A, hier ist A. Warum ist das Ganze hier unten verbunden? Denkt ihr euch jetzt? Ganz einfach, weil das hier hinten nämlich noch auf den anderen mit drauf läuft, beziehungsweise das Ganze auch noch in einem Signalabschnitt benötigt wird, den ich euch später dann nämlich einmal mitzeige, beziehungsweise hier ist das Ganze einfach nur gedreht angebaut, weil der Eingang, Moment, da kommt er raus, da geht er rein. Genau, hier ist es einfach nur gedreht. Das ist quasi die Eingangsspule, nenne ich es einfach mal kurz, was quasi diese Kombinatoren mit den Signalen versorgt und das Ganze, ich finde das so boh, dass ich da nicht raufkommen kann mehr, weitergibt. Ja, das ist echt nicht schön, sage ich mal so. Hier haben wir die A-Signale, die wir alle nochmal sehen. Sind alle schön miteinander verbunden. Ähm, und genau, komme ich gleich dazu. Wir brauchen noch einen Kombinator in einem anderen Step gleich. Das ist quasi dieser hier, das ist, wofür die nämlich verbunden sind. Ihr seht ja, die sind alle in einer Richtung, genau wie die hier. Nur der ist verkehrt rum, weil hier auch wieder so ein schönes rotes Signal dran ist. Das ist nämlich dann der Rücksetzsignal, wenn das Material vollkommen ist, sage ich mal, wenn alles da ist in dem Moment. Das heißt, wie ihr hier seht, ich habe ja hier meinen Ausgang. Grünes Kabel geht weiter. An dem Ausgang dieser, dieses Zählungsmechanismus, sage ich mal, dieses Vergleichens, weil ich ja hier im Endeffekt nur sage, ähm, ab wann dieser ganze Mechanismus funktionieren soll. Wie gesagt, hier sind unsere 500 Eisenplatten drinne. Und er vergleicht quasi das, was hier gezählt wird, äh, da. Was hier gezählt wird mit dem Wert, Moment, der hier eingetragen ist. Quasi, das ist quasi, wenn das Ganze seinen Ausgleich erwischt hat, dass es quasi dann durchläuft. Und wenn es da durchgelaufen ist, dann müssen wir ja irgendwann sagen, hey, jetzt reicht es aber mittlerweile mal langsam. Ähm, resette dich doch mal bitte. Dafür ist dieser andere Kombinator da. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht raus. Doch, passt alles. Ha, kurz vor knapp wieder. Gehe nach dem Ausgang hier jetzt mit der roten Leitung hier mal in den Eingang rein. Wobei, ich brauche es mal ein bisschen gespreddeter. Zack, dann sieht man es wieder besser. Hier seht ihr den Ausgang. Geht hier an den Eingang rein. Mehr ist das gar nicht. Nehmt dort in diesem Fall dann diesen Wert rein. Wenn a ist gleich 1, wie ihr seht, hier kommt der a-Wert raus. Deswegen heißen bei mir auch alle a, damit dieser Kombinator auch immer arbeiten kann, egal bei welchem Wert er ist. a ist gleich 1. Rote Signal. Das rote Signal ist zurückzuführen mit auf der roten Leitung, weil wir es ja trennen wollen. Dementsprechend rote Signal hier wieder auf den Eingang des Zählers rauf. Wie gesagt, das ist unser Zähler hier. Nicht vergessen. So, das ist quasi schon, ich sag mal so, einer der kompliziertesten Teile gewesen. Alles andere sind jetzt noch Einstellungssachen, die gleich kommen. Und ein paar Sachen, die ihr auch aus anderen Tutorials von uns kennt, wie Einpolsignalschaltung und, und, und. Aber, wie gesagt, das baue ich jetzt hier auch mit auf einmal, damit ihr es komplett habt einfach. So, erstmal müssen wir hier den Ausgang bestimmen. Ich zeige euch das hier wieder drüben. A-Leitung, das ist unsere Matrix, die quasi sagt, wie viel wir haben dürfen. Und hier haben wir dann den Ausgang in dem Fall. Ihr seht jetzt einmal schön, zack, zack, zack. Und der Ausgang hat den Wert, wenn A ist gleich 1, A kriegen wir hier rüber, ist gleich 1, geht mir eh für Eisen einfach mal raus, habe ich mir da gedacht. Was ja auch ganz sinnig ist. Ist jetzt natürlich nichts drinne, weil der Zähler sagt, blöder ist nix. Wir können ja mal einfach mal just for fun. So, da sind wir wieder. Kleine technische Problemchen gerade mal wieder mit der Internetleitung. Jawoll! Und dann versuchen wir das Ganze weiterzumachen, wo waren wir? Genau, ich wollte euch jetzt einmal demonstrieren, was hier passiert jetzt, wenn wir da einmal Material drauf geben. Dafür werde ich hier kurz mal das Häkchen wegnehmen. Genau wie hier das Häkchen wegnehmen. Und auch das einmal hier wegnehmen, damit wir es hier einmal kurz laufen lassen können. Jetzt läuft rein, wie ihr seht, hier läuft er jetzt hoch. Machen wir es kurz mal bis hin 500. Jawoll! Zack, da oben habt ihr gesehen, war kurz der Moment. Ist natürlich weggegangen, weil wir jetzt mehr als 500 rein haben. Ist alles so gewollt, damit müsst ihr euch dann einfach nicht wundern. Und auch im gleichen Moment hat das Ganze nämlich hier zurückgesetzt auch schon, weil wie ihr seht, in dem Zähler, den wir haben, sind wieder nur noch 82 drinne. Das ist, weil der hier kurz das A-Signal gekriegt hat, ihn hier einmal wieder auf den Zähler gegeben hat und wieder das Ganze zurückgesetzt hat. Das würde quasi so oft passieren, wenn ich hier keine Sperrschaltung später habe. Das ist, irgendwann lehrt sich, das wollen wir nicht. Deswegen setzen wir hier erstmal wieder aktivieren, deaktivieren unseren Haken rein. Damit wir da gleich weitermachen. So, das ist quasi schon mal die Zählung. Was machen wir jetzt mit diesem E-Signal, was wir hier am Ausrund rausgeben? Und zwar brauchen wir nämlich das, was ich jetzt am liebsten mag, einmal hier rüber zu schauen, wo wir jetzt nämlich gerade sind. Wir sind nämlich jetzt bei einem sogenannten Einpulsgenerator, den wir jetzt nämlich einmal systematisch bauen müssen, mit einem kleinen Zähler dahinter. Der ist auch wirklich nur von 1 bis 2, glaube ich, gemacht, oder von 0 bis 1 in dem Fall. Und den werde ich jetzt mit euch einmal aufbauen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu drei Kombinatoren. Also vergleichende sind das ja. Und den Zähler dahinter. Ich kopiere das einmal kurz rüber mit den Einstellungen. Zeige ich euch dann gleich natürlich wieder alles. Zack, zack. Und zack, zack. Und hier ist es einfach nur drin drehen. So, wie sind die Einstellungen? E ist kleiner 1 im Ausgang E. Und hier oben ist es, wenn E ist Größe 1 im Ausgang E1. Das Ganze ist natürlich mit der roten Leitung verbunden. Und dann brauchen wir natürlich gleich nochmal den Ausgang. Und dann muss ich nochmal kurz rüberlinsen. Der Ausgang ist, wenn... Genau, das ist nämlich der obere hier. Das heißt, der kriegt den darüber, weil der hier kurz das Doppelsignal braucht. Und hier ist unser Ausgang E1 auf unseren Zähler. Und der Zähler ist eingestellt mit der Variante. Wenn E ist kleiner 1, geht mir E raus. Zack, zack. Einmal gloopt. Natürlich E1 auch natürlich drauf. Und das Ganze ist dann quasi der Einpulsgenerator. Sprich, wenn hier einmal kurz Dampf draufkommt, schmeißt er mir Dampf drauf. Und ich kriege dann quasi das, was ich haben möchte. Beziehungsweise, Moment. Das sind die Einstellungen, die wir brauchen. War kein Zähler. Solange es rot, kleiner 1, geht mir alles raus. Das ist quasi unser Zähler. Diesen Zähler, um das quasi auch für spätere Materiale... Äh, für spätere Materialeingänge, außer Eisenplatten, gängig zu machen, müssen wir das Signal natürlich abschotten. Dementsprechend nehmen wir jetzt hier so einen vergleichenden Kombinator als Abschluss. Das ist dieser hier drüben. Das war der hier. Mit den Einstellungen, wenn E, kleiner 0, das heißt immer, wenn E da ist, wollen wir natürlich arbeiten, sollen wir hier E1 rübergeben. Den können wir einfach so verbinden. Zack. Das wäre jetzt quasi der komplette Kreislauf im Reinen. Jetzt werden sich aber einige, die es gerade mal ein bisschen durchgeschaut haben, Moment. Da war ja noch eine grüne Leitung. Wo geht die denn hin? Dann sage ich, gut aufgepasst, denn diese grüne Leitung, wir wollen sie immer zurückverfolgen, ist hier mit E1 verbunden und geht dann hier über die Mäste nach ganz oben zu unserer Schaltung, die nämlich unseren Zähler zurücksetzt. Weil wir wollen ja auch den hier zurücksetzen, wenn hier oben quasi der Eisenzug losgefahren ist. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nochmal eine Leitung. Die werde ich jetzt einmal kurz ziehen. Zack. Und einmal hier mit hingeben. Einmal ziehen. Das ist diese grüne Leitung, die ich jetzt nehme. Das ist quasi diese Rücksetzleitung. Auch nicht schlecht. Er hat jetzt die Verbindung getrennt. Jawohl. Achso, du warst das? Ja, ich habe das, damit hier nicht zu viel Kabel gewöhnt ist. Achso, so. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich die richtige Leitung erwischt habe. Wir gehen dahin, kommen dann hier oben raus und kommen dann hier mit hin. Das habe ich natürlich morgens am Anfang gemacht, weil wir hier mit einer roten Leitung resetten. Das müssen wir einmal tauschen. Wie gesagt, das ist mir auch nicht oft passiert. Hier müssen wir mal kurz was abändern gleich. Das habe ich hier nämlich mit einer grüne Leitung. Das ist immer so ein bisschen wirrbar. Wie gesagt, ich wünsche mir ja immer noch ein paar mehr Leitungsfarben in Factorio. Gibt leider keine. Wie gesagt, wie ihr seht, ich resette hier mit einer roten Leitung. Hier hinten. Auch mit einer roten Leitung. Was habe ich jetzt hier? Ich rede gerade Wirrwarr, glaube ich. Moment mal. Das ist da, das ist hier, das ist dort. Der geht an dem, der von, wo kommen? Ach, der kommt ja von dem. Das ist er hier. Ach nee, doch. Alles, 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 alles schicko. Ich habe mich nur gerade verguckt. Das heißt, wir gehen mit dieser Leitung einfach, weil es ja unsere Reset-Leitung ist, auf den hier rauf. Hier kriegen wir unser Grundes Signal, wenn er nämlich hier losgefahren ist, wenn er rausgefahren ist quasi. Der soll ja alles resetten hier. Der resetet ja sowohl unseren Zähler Nummer 1 als auch Zähler Nummer 2 hier unten und gibt das quasi einmal raus. So, das wäre quasi, darf ich, darf ich nicht? Ja, 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 ja. Äh, hier oben solltest du nicht im Eingang anschließen, statt im Ausgang, weil jetzt hast du Ausgang mit Ausgang verbunden. Wo habe ich Ausgang mit Ausgang verbunden? Äh, hier. Achso, ja, 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 natürlich. Mit Ausgang hier. Natürlich, 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 so, natürlich. Mal sind Zähler. Ah, du hast ihn gedreht, okay, alles klar. Ich kann doch hier so machen. Aber da, sieht man so umso doof. So sieht man es besser. Ja, so ist besser. Weil hier sieht man eine schönere Leitung, hier ist er geloopt wieder und aufs Ausgangssignal fertig. So, das war jetzt quasi ein kleiner Exkurs, wie man den Kombinator dreht. Wie gesagt, hier der Ausgang, grünes Kabel, an dem, der resetet von dem Signal. Einmal hier nur zu gucken, Signal, Kombinator, über den Mast, wie gesagt, hierhin zu dem zweiten Zähler, der dann resetet. Und alle anderen, die hier hinter sind, quasi dann auch einfach über diesen Anschließen mit dem grünen Kabel immer durchverbinden, quasi, wie es auch hier zu sehen ist. Das ist immer schön, wenn man Vergleichswert hat. Wie gesagt, hier seht ihr es ja, die sind alle miteinander verbunden. Wie gesagt, wir gehen hier hoch zum Reset, der natürlich vom Signal kommt. So, das war schon mal jenes. Hier müssen wir weiter vorfahren, wie ihr nämlich hier seht. Hier ist unser Ausgang, den wir gerade gebaut haben. Geht das Ganze jetzt auf so eine lange, lange Matrix rauf. Hier so eine ganz, ganz lange Matrix. Die werden wir einmal gleich hinbauen. Das Ganze geht gleich noch ein bisschen weiter. Ich gucke mal kurz, wo hier das E ist. Hier ist das E. Ich setze hier mal kurz den Stein dafür. Weil jetzt kommen wir nämlich an eine Kreuzung, nenne ich es einfach mal, wo wir das Signal auf zwei verschiedenen Arten weitergeben. Das heißt, die Kreuzung werde ich einfach mal nach oben, brauche ich ihn nach oben? Ja, ich brauche ihn mal nach oben weg. Das ist hier lang. Nehmen wir das rote Kabel, setzen das da drauf. Und wie ihr seht, wenn E ist kleiner 0, geben wir E-Signal raus. Das bewirkt das Ganze, sprich hier ist E, oder E1 in dem Fall. Hier kommt dann E ist dann größer 0, dementsprechend kommt hier dann ein Signal später raus. Das ist das Erste, was wir brauchen. Da möchte ich aber mit euch noch gar nicht lang gehen. Weil wie ihr hier auch sehen könnt, geht dieses schöne Signal hier rauf und geht noch einmal weiter auf den Mast und dann direkt zum Fließband. Einmal nämlich aufs mittlere, wo wir jetzt gleich hin gehen. Das ist nämlich dieses Le-Signal. Dann sperren wir das nämlich auch einmal mit ab. Das ist quasi eine Sicherheitsfunktion, damit später, wie ihr auch hier oben sehen könnt, fast alle drei stillstehen. Und bei der Zählung, dass in der Mitte auf jeden Fall stillsteht und dann später die anderen beiden mit dazuklappen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal dieses Eingangs-Signal, was wir hier haben. Moment. Oh Gott, das wird jetzt eine lange Leitung werden. Nehmen wir mal kurz zwei Masten. So, ob nicht machen wir mal auch leer, dann sieht man das besser. Ich hoffe, das reicht. Sprich, wir gehen jetzt immer nämlich hier von unserer Kreuzung, die ich gerade so schön meinte, hier runter. Und gehen aufs mittlere Band. Da, wo noch kein Rotes dran ist. Was man auch seit dem letzten Update nämlich sehr schön sehen kann in Factorio, ist, dass nämlich jetzt hier zwei Anschlüsse sind. Deswegen haben wir auch die 16er-Version gewählt nebenbei noch. Weil da sieht man auch ein bisschen besser, wo Rot und wo Grün angeschlossen ist. So. Was passiert jetzt? Ihr habt hier ein E-Signal, E1. Und jetzt würdet ihr euch erinnern, hier unten haben wir ja noch nichts eingestellt. Komisch. Hat nämlich genau jetzt diesen Grund. Wenn wir mal hier jetzt uns das abholen. E ist nämlich gleich 0. Dementsprechend dürfte er hier laufen. Weil wir auch nichts gezählt haben, ist ja auch alles richtig. Und dieses E-Signal ist quasi das, was wir uns am Ende dieser großen, ganzen Schaltung nämlich rausklauen. Wie das quasi das Ganze laufen lässt. Wir können einmal kurz hier wieder anschließen. Nur um es einmal zu demonstrieren. Wir nehmen hier mal raus. Wir nehmen natürlich den raus. Gucken wir mal, wie er jetzt hier durchläuft. Wieder auf 100. Und jetzt haben wir nämlich gleich den ersten Sicherungseffekt, für die, die aufgepasst haben, wenn das nämlich resettet gleich. Oder sperrt besser gesagt. Zack. Ihr seht, hier ist jetzt nichts mehr drin. Die Schaltung hat einmal durchgereagiert. Hier hinten befindet sich jetzt unser E-Signal, was wir hier haben. Und wenn wir jetzt runtergucken, hat nämlich genau der hier aufgehört, durchzulassen. Weil wir jetzt nämlich das E-Signal drauf haben, der sperrt, weil nämlich E ist nicht mehr gleich Null. Und schon seht ihr, kommt hier nichts mehr rein. Und Doskir hat das jetzt wahrscheinlich schon rausgeholt, was fleißig hier ist. Natürlich. Und hier werden jetzt natürlich diese 500 Iron Sheet Calls drin. Das ist quasi der erste Durchlauf, der ist. Und wenn der Ziel quasi so im Zug stehen würde und losfahren würde, würde sich das Ganze quasi einmal, einmal resetten quasi. Dann würde es wieder durchlaufen. Das Problem, was wir aber hatten, dass wir nämlich jetzt die Kreuzung, die wir da oben schon mal vorbereitet haben, ist, diese Fließbänder sind teilweise nicht schnell genug, um alles gleichzeitig rüber zu transportieren. Dementsprechend, wenn ihr das nämlich so machen würdet und sagen würdet, jetzt fahr mal los hier, wie du Bock hast, nur weil das Material voll ist, kommst du nämlich ganz gerne mal dazu, dass hier irgendwelches Restmaterial drin liegt. Dann, sag ich mal, jetzt liegen hier Eisen Sheet Calls drin. Jetzt kommt aber der Kupfer dazu, kriegt natürlich Eisen Sheet Calls mit rein. Dann sieht das System jetzt, oh, ich hab da jetzt auch noch Eisen Sheet Calls drin, dementsprechend, dass ich auch noch Eisen Sheet Calls loslaufe. Oder Kupfer in dem Fall. Und dann kommt alles ganz so durcheinander und dann ist es ein Riesenkrampf, das alles wieder wegzusortieren, weil dann kommen auch Sachen dahin, wo sie gar nicht hin sollen. Haben wir auch schon gehabt. Deswegen haben wir nämlich eine kleine Lösung da eingebaut und zwar in Form einer sogenannten zeitversetzten Startschaltung, nenne ich sie einfach mal. Ein wunderschöner Name. Ja, überhaupt nicht kompliziert. Nee. Und dazu kommen wir uns nämlich diesen Riegel hier an. Da habe ich ja schon einen gebaut, der auch ganz unterschiedliche Ausgänge hat, wie P, T, D, E, S, K, W und so weiter und so fort. Haben alle einzelne Bedeutungen. Ich habe mir die einfach so gewählt. E für Eisen, wie ihr hier sehen könnt, die komplette Reihe. Es ist mein Stahl, ist genauso aufgebaut. Es sind alle so aufgebaut wie Eisen, nur halt am Ende mit anderen Bezeichnungen, die ihr da eintragen müsst. Wie gesagt, bis zum Ende ist alles gleich, nur das heißt, ihr sollt später beim Ausgang dieses, diesen, also hier ist es der, diesen Vergleichers, bei uns ist es der hier, einen anderen Buchstaben nehmen. Hier ist es Eisen, dann können die S für Stahl nehmen, K für Kopf war und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist ganz euch überlassen. Wenn ihr es natürlich ein bisschen einheitlich machen wollt, würde ich immer so ein bisschen, ich sage mal eine E-Sitzbrücke bauen für das, was es da ist, weil dann ist es einfacher, in diesem ganzen großen Komplex den Überblick zu behalten, anstatt wenn ich jetzt hier für E-Eisen, ich sage mal, Z nehmen würde, weil, dann, ja, wofür steht jetzt Z? Keine Ahnung. Zügel. Ja, Zügel. So, dann haben wir, wie wir es drüben schon gesehen haben, einmal diesen Kombinator stehen. Wieso haben wir diesen da stehen? Ganz einfach, weil wir eigentlich in diesen großen Rammriegel hier ganz viele von denen haben, im Endeffekt. So viele, wie wir Material haben. Dadurch, dass wir jetzt nur einen haben, kommt jetzt nur einer rein, aber hätten wir hier mehrere, hätten wir ganz viele verschiedene Signale und die müssen wir jetzt wieder vereinheitlichen, im Endeffekt. Deswegen sagen wir hier, jeweils mal 1 im Ausgang 1. Das heißt, es ist schnurz, piep, scheißegal, welche Signale ich darauf gebe. Hier, E kommt rein, 1 kommt raus. Um das mal zu beweisen, dass es so ist, klemme ich hier ab, klemme ich da mal an. Ich sage jetzt mal, Portale Fusionsreaktor MK3 ist 1 im Ausgang 1. Ja, um es mal einfach mal wirklich ganz doof zu zeigen. Der macht quasi aus allen unterschiedlichen Sachen da unten ein Einheitsbrei. Zack. So, flupp. Dadurch, dass dann auch nur einmal ein Zug da steht, wird auch immer nur einer hier auflaufen. Ist alles nur reine Sicherheitsschaltung. Die haben wir mal weg, das Blinke geht mir auf den Sack. Und dann haben wir hier quasi unser Einheitssignal 1. Was machen wir mit dieser 1? Gucken wir mal kurz wieder hier drüben rüber. Und zwar kommt das jetzt auf so eine kleine, süße Zeitschaltung. Die ist wirklich nur ganz klein und wirklich minimal kompliziert, sage ich einfach mal. Wirklich nur minimal. Und zwar haben wir hier erstmal wieder einen Zähler. Machen wir mal hier hin. Zack. Der sagt einfach, wie lange es rot ist, gleich gelbes Signal ist. Geht mir alles raus. Klemmen wir jetzt mal an. Komm her, Kabel. Zack und zack. Und jetzt rennt er los. Und rennt los. Und rennt los. Wollen wir nicht. Deswegen gibt es noch weitere Steinchen. Wie zum Beispiel. Moment, dass er sich empfindet. Da ist der. Genau, wie der hier zum Beispiel. Kommen wir jetzt gleich zu. Klopp. Und klopp. Der sagt einfach, wenn 1 ist gleich 260. Hier laufen wir gerade die Sekunden hoch. Oder die Millisekunden, wie es ja war. Darf der Zug losfahren. Das heißt, den können wir auch einfach mit Rot anklemmen. Zack. Und jetzt könnten wir eigentlich schon das Ganze zum Bahnhof geben. Machen wir aber nicht, weil wir ja unterschiedliche Züge teilweise haben. Dementsprechend ist das Ganze nochmal ein wenig geordneter. Hier kommt nämlich jetzt noch ein konstanter Kombinator hin. Und dieser Kombinator ist quasi Gold wert in dem Moment. Weil hier tragt ihr quasi nur die Züge ein, die ihr haben wollt. Können die quasi einmal schon mal zusammenfassen. Und sagt jetzt hier zum Beispiel E oder S oder K oder wie ihr das Ganze benennen möchtet. Ist eure Sache. Ich habe jetzt hier einfach mal E und S rein. Die dürfen auch dauerhaft senden. Und dann brauchen wir einen weiteren vergleichenden Kombinator. Wenn wir uns das nämlich angucken. Ist nämlich der hier mit gemeint. Der nämlich dann auf den Bahnhof später geht und unser Losfahrsignal ergibt. Und nämlich hier sagen wir nämlich alles. Darf wir rausgeben. Solange oben der Parameter bestimmt ist. Sagen wir ja. Auslängen ist 1. Da unten C. Den ignorieren wir gerade. Gehen wir mal rüber. Zack. Und jetzt seht ihr schon. Ist 1 E und S drin. Das Ganze würde zu unseren Zügen gehen. Warum haben wir das Ganze? Ganz einfach. Wenn wir uns mal so ein Zug kreiden hier. Material an. Abfahrt für. Ich muss mal ganz den Eisenzug finden. Das ist Tin. Das ist Sheet Coil. Hier haben wir Eisen. Weil hier sagen wir nämlich einfach. Wer da abfahren darf. Ist nämlich E ist 1. Das Ganze kriegen wir durch diese kleinen Kombinator einfach nur. Das Ganze schaltet sich erst dann frei. Wenn nämlich diese Zeit hier unten abgelaufen ist. Und der quasi dann losfahren darf. Wie setze ich das Ganze zurück? Habe ich auch ganz einfach gelöst gehabt. Da haben sich einige schon vielleicht entdeckt. Hier oben ist so ein ganz kleiner versteckter Kombinator. Der wieder auf unser wunderschönes Zugsignal. Der quasi uns das Ganze zurücksetzen lässt. Das werde ich mal kurz kopieren. Zack. Werde ich den kurz bauen. Und zack. Setze ich den mal hier kurz hin. Drauf. Der hat rot. Ist gleich 1. Ist das gleiche wie der hier in grün. Ich möchte halt nur die Trennung dazwischen haben. Das heißt wir gehen ein grünes Kabel drauf. Gehen hier hoch. Ich putze mal kurz die vorhandenen Leitungen. Das ist ganz praktisch. Gehen jetzt mal kurz dahin. Und dahin. Wie gesagt. Wie ihr es platztechnisch aufbaut. Ist eure Sache. Wie gesagt. Ich werde es später auch nochmal in den Factorissimo-Häusern aufbauen. Wenn wir es haben. Und dann setzt ihr einfach hier hinten das Signal hin. Dass der so ungezähmt hochlaufen gelassen. Hoch oder hoch läuft. Ist in Ordnung. Ist überhaupt nicht schlimm. Denn sobald der Zug das Ganze losfahren wird. Ist das Ganze hier so wieder vorbei. Wir können jetzt nämlich diese Messen. Die wir gerade genommen haben. Mit der roten Leitung hier versehen. Einfach wieder zurückziehen. Sag ich mal. Zum Bahnhof hin. Zack. Zack. Und Peng. Und schon haben wir das Ganze dran. So. Was haben wir jetzt gebaut? Wir haben hier die Schaltung. Die quasi schon mal liest. Und quasi einmal den ersten Teil für sich mitnimmt. Was brauchen wir noch? Weil die anderen beiden laufen hier noch. In dem Fall. Die ist es ganz einfach. Und zwar gibt ihr da quasi mit der roten Leitung nochmal einen kleinen Anhaltsstoß. Denkstoß nenne ich es einfach mal. Weil wir hier aktuell auch nur am Bahnhof. Ah. Sieht man gerade doof. Eine Leitung dran haben. Guck mal. Ich glaube ich habe mich da verklickt. Die grüne Leitung muss nicht da hin. Die grüne Leitung muss ja da unten hin. Genau. Ja es ist immer doof wenn das dahinter steckt. Wie gesagt grüne Leitung. Da unten ran. Da hin. Rote Leitung. Für losfahren. An die Zugstation. Dann brauchen wir die rote Leitung jetzt für noch eine Sache. Weil wir möchten ja sagen. Äh. Hier. Jungs. Ihr seid gar nicht dran. Ihr dürft gar nicht ausladen. Dafür haben wir ja hier nämlich extra gesagt. Hier funktioniert es komischerweise. Inhalt des Zuges auslesen. Hier lesen wir quasi das aus. Was im Zug selber drin ist. Sprich wir brauchen jetzt wieder die rote Leitung. Von unserer Zugstation. Und wir können es ja auch mal eine grüne im Endeffekt machen. Aber wir nehmen hier die rote. Zack. Gehen hier mal ran. Gehen hier ran. Und schon. Laufen die dann bald still. Sobald hier ein Zug dran kommt. Kleinen Moment. Ich gucke nochmal kurz rüber. Ob ich jetzt keinen Stoß erzähle. Das ist da. Das ist da. Das ist da. Die stehen still. Das steht still. Ach ne. Warte. Moment. Genau. Das ist es nämlich wieder. Falsche Farbe genommen. Genau da. WB. Und natürlich vergessen das hier einzutragen. Zack. 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 Fertig. Und die sind ruhig. Hier passiert nichts mehr. Das ist richtig eingestellt. Hier oben. Wie gesagt. Alles Wunderbärchen. So wie es sein soll. Das ist quasi der Grund. Dieser komplette Grundaufbau ist jetzt quasi fertig im Endeffekt. Ihr habt eine Steuerung die hier rüber arbeitet. Eine Steuerung die quasi die beiden schaltet. Und nochmal zusätzlich eine Steuerung die das mittlere bearbeitet. Wie gesagt. Die hier wird durch diese Matrix beschaltet. Und die beiden äußeren werden halt durch die Züge beeinflusst. Fluss die hier stehen. Wie gesagt. Das ist quasi alles was ihr wissen müsst dafür. Hey. Und jetzt können wir einfach mal kurz nochmal hier rüber gucken. Das ist quasi dieser Wartemechanismus. Der ist. Hast du den schon rübergelegt? Alles ist da. Man muss nur noch einen der Kombinatoren auf Eisen einstellen. Das. Und dann fährt auch. Der Zug fährt noch nicht. Ja. Sobald du mir das Signal gibst. Gebe ich drüben frei. Und dann sollte hier. Gleich gesagt werden. Ich will Eisen. Genau. Nehmen wir mal den hier vorderen. Hier haben wir bei 1000. Äh. Dann sagen wir doch mal einfach mal Feuer frei. Jawohl. Ach stimmt. Ich kann die Kombinatoren auch nicht öffnen. Ich renne mal rüber eben. Das ist doof. Ne? Also. Ja. Entweder ist es ein Long Reach Bug. oder ein Fix von Faktorius selber. Würde ich schade finden. Ja. Ich auch. So. Ich aktiviere. Eisen wird rausgenommen. Sind die Bahnhöfe auch alle durch verdrahtet? Ach. Ne. Genau das nicht. Ne. Sind nämlich nicht. Ich habe sie nämlich nur oben laufen. Ich habe hier zwar die grüne Leitung gelegt. Aber nichts verdrahtet. Ich wollte schon sagen. Mal kurz hier so zack und zack und zack und ich hier auch. Jetzt will ich nicht überfahren werden, weil ich nicht weiß, wie hier das ist. Alle guten Dinge sind drei. Ah. Da war. Oh. Das ist der falsche Zug. Ne. Das ist der falsche. Der hat Stahl. Achso. Das ist der richtige. Das ist der richtige. Und der wird beladen. Wieso auch immer der losgefahren ist. Wo will der hin? Der fährt jetzt zum Abgeben. Ach. Der hat noch was drin gehabt. So. Ach. Der hat die Bedingungen falsch drin. Oh. Der hatte die Bedingungen falsch drin. Ja. Und wie er hier durch die Gegend saust. So. Aber kommen wir mal hin. Er hat 500 drin. Läuft. Er zählt hoch. Ist über den Wert gekommen. Hat sich zurückgesetzt. Hier halten alle die Schnauze. Hier ist Ruhe. Hier ist auch ruhig. Hier läuft nichts rein. Weil nichts da ist, was da hin soll. Warten wir kurz, bis er ausgeladen hat da drüben. Das geht ja zum Glück relativ zügig. Ist da dann noch 98 drin. Dank unserer Schaltung wird er gleich wieder kommen. Fährt hier hoch. Fährt runter. Fährt einmal im Kreis. Sieht gerade etwas verwirrend aus, wie er fährt. Ja. Aber da hinten kommt er schon. Kommt ran. Hält kurz. Muss kurz ein bisschen warten, weil er gerade ausgeliefert hat. Und kommt auch nicht mehr, weil drüben genug da ist. Und kommt, weil auch noch drüben genug da ist. Ja, ja, genau. Nur einfach mal, um es zu sehen nochmal. Was hier etwas schnell geht. Oh, das wird ein bisschen länger dauern. Ja, gut. Mal was anders. Äh. Ich mach. Ich mach. Geht das denn wenigstens noch? Also. Ah, alles klar. Er hat den Knopf gedrückt. Ja. Ich entlade mal komplett. Hier kommt er wieder. Das System erkennt. Durch die beiden. Durch den. Oh, es ist der Eisenzug. Wir dürfen weitergehen. Andere würden jetzt die Schnauze halten, weil er nicht sehen würde, dass die Iron-Sheet-Kreuz da sind. Oder die Kupferscheet-Kreuz. Er belädt sich bis zu seinem 500er-Wert, den wir hier eingestellt haben. Können wir kurz gucken. Sind bei 390. Gleich macht es klack. Jetzt renne ich mal kurz hier hoch. Hier ist jetzt der Timer-Zähler angekommen, weil wir hier jetzt unser E1-Signal haben. Jetzt hat es wieder klack gemacht. Er hat hier oben den Ausfahrsignal bekommen. Zum Bahnhof selbst hat über das Signal das Reset bekommen. Dementsprechend sind alle unsere Timer wieder bei 0 angelangt. Und er fährt seine Runde und der Bahnhof wäre bereit für den nächsten Zug. Und um noch kurz zu demonstrieren, dass auch nichts schief gehen kann, gebe ich mal noch ein zweites Signal drauf, damit der Kupferzug einfach mal losfährt. Genau, Kupfer fährt los, fährt hoch, fährt ran. Nix passiert, weil es ist kein Kupfer. Genau. Hier ist es in dem Fall, ist es keine Iron-Sheet-Coil. Dementsprechend sagt er, ey, was willst du von mir? Hau mal ab hier. Du kriegst von mir von dieser Leitung nix. Jetzt müsste man quasi das komplette System, was ich hier oben euch gerade angebaut habe, in dem Fall wirklich nur diesen Riegel hier. Diesen einzelnen Riegel hier. Plus einen weiteren von denen. Unten anbauen. Oder hier drüber kurz anbauen. Die Leitung ran. Das hier einfach durchkopieren. Hier halt dann einstellen, dass es in dem Fall Kupfer sein soll. Hier gebt ihr euer K drauf für Kupfer, was ihr hier oben mitbestimmt, damit das nicht durcheinander kommt. Und das wäre es dann quasi schon. Wie gesagt, hier guckt ihr, was ist im Zug drin. Hier guckt ihr, welches Signal nehme ich aus meiner Anlage raus. Also aus diesem hinteren hier. Und dann war es das schon. Und der würde jetzt hier, oder ist schon abgefahren, warten. Und der würde sich jetzt wieder befüllen. Bis seine 500. Oder ihr könnt auch sagen, ich habe jetzt so eine Anlage, die hat so Bedarf. Ich möchte jetzt 1000 haben. Dementsprechend würde er hier bis 1000 hocharbeiten jetzt. Zack und weg ist er. Tja. Und das war es das Ganze schon. Wie gesagt, hier Kupfer. Nö, der kriegt nichts. Hau ab. Und gut ist. Wie gesagt, das Ganze, wenn ihr natürlich mehr Bedarf habt, könnt ihr hier oben einfach genauso aufbauen. Deswegen haben wir jetzt gerade nur den unteren genommen. Wie gesagt, der untere Bahnhof ist gleich der obere Bahnhof. Das ist alles dasselbe. Es ist nichts Neues, was dazu kommt. Es ist immer das gleiche System. Und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen reingeguckt hat und vielleicht dieses Video dazu benutzt hat, wie ihr quasi das eine Modul aufbaut. Und dieses eine Modul könnt ihr quasi auch für das andere benutzen. Halt nur mit Endeffekt, was ihr halt jeweils da verschicken wollt. Ihr könnt das machen mit, was ihr wollt. Ihr könnt das mit Kopperschirzen machen. Ihr könnt es mit Fässern machen, mit Flüssigkeit, mit Erzen. So lange, bis euch die Haare ausfallen im Endeffekt. Ihr müsst halt nur alles hier rankriegen und halt ein größeres Lagerhaus später bauen, wenn ihr hier keine Anschlüsse mehr ranmachen könnt. Eben. Das ist halt noch so der Nachteil. Aber das haben wir ja schon am Anfang gesprochen. Dass quasi das, was wir euch geben, jetzt das ist, was ihr hier gesehen habt. Also sprich, die rechte Seite von der Anlage werden wir euch als Blueprint zur Verfügung stellen. Dann habt ihr schon quasi zwei Bahnhöfe, die diese Materialien verarbeiten könnt. Und ihr könnt dann einfach die Bausteine dementsprechend umstellen. Falls ihr, vielleicht habt ihr ja auch einen ganz anderen Bahnhof, der Erze benutzt oder so, statt Platten. Man weiß es ja nicht, was ihr genau damit machen wollt. Und im Laufe der Staffel 7 werden wir ja diesen Bahnhof immer wieder umbauen und anpassen, dass der auch effizienter läuft. Weil es bringt natürlich nichts, an dieses Silo jetzt mehr Beladerrand zu machen für den Zug. Weil wenn hier nur einer reingibt in das Silo, dann kann auch nur ein Belader rausgeben. Nebenher. Aber dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Ende. Haben wir alles? Ja. Wie gesagt, ihr wisst ja alles, wie es funktioniert. Ich habe euch alles gegeben, was ihr wissen müsst. Wie gesagt, oben einfach abändern. Je nachdem, wie ihr es haben möchtet. So steht es in einen Riegel hier. Und dann war es das Ganze quasi. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Bau. Falls Fragen sind, natürlich gerne unter dieses Video. Versuchen wir gerne zu beantworten. Oder im Forum unter nation42.de Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. In diesem Sinne, wir bedanken uns nochmal. Wir wünschen euch eine traumhafte Woche. Und wir sehen uns dann in einem anderen Tutorial, in einem anderen Let's Play. Wie auch immer. Vielleicht sogar in einem Stream. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.